Welche Themen bewegen die Aluminium-Industrie? Das offizielle Programm für die Aluminium 2018 Conference liegt jetzt vor. Die Konferenz findet parallel zur weltgrößten Aluminium-Messe vom 9. bis zum 11. Oktober in Düsseldorf statt. Bereits zum fünften Mal plant und organisiert der GDR Gesamtverband der Aluminium-Industrie die Konferenz gemeinsam mit dem Messeveranstalter REIT Exhibitions. Unter dem Titel Aluminium Material for the Future sind Vorträge zu den Themenbereichen Anlagen und Ausrüstung, additive Fertigung, Automotive, Oberfläche, Recycling-Technologien und Aluminium-Märkte vorgesehen. In allen Sessions des Kongresses informieren Referenten internationaler Unternehmen anhand von Praxisbeispielen. Die Vorträge sollen einen Überblick über die Zukunftschancen des Werkstoffs Aluminium in den verschiedenen Anwendungsmärkten geben. Die Kongresssprache ist Englisch. Alle Vorträge werden simultan in Deutsch und Englisch übersetzt. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns dafür einen Daumen nach oben geben oder unseren Kanal abonnieren.